Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und ich habe mir für diese Folge was richtig cooles überlegt. Ich habe nämlich gar keinen Titel. Ich habe einfach nur Lust gehabt, einen Podcast aufzunehmen, bin zu diesem Instrumentarium hier vor mir geeilt und habe einfach auf Aufnahme gedrückt. Und jetzt stehe ich da ohne wirklich einen Titel, aber ich glaube, dass diese Podcast-Folge wirklich, wirklich, wirklich für viele da draußen ein Game-Changer ist. Ich habe mich zugegebenermaßen nicht vorbereitet. Wir werden das jetzt hier gemeinsam durchstehen. Ohne Struktur und Verstand, aber trotzdem, so hoffe ich zumindest, total wertvoll für jeden Einzelnen hoffentlich da draußen. Also wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und dann nehme ich euch mit auf meine kleine Reise. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Kennt ihr das? Wenn so die intuitive Kompetenz, die ja jeder von uns in sich trägt, sagt, geh zu deinem Schreibtisch, mach das Mikrofon an und nimm diese Podcast-Folge auf. Und dann finde ich es extrem gut, manchmal geht das zeitlich nicht, aber finde ich extrem gut, dem Ganzen nachzugehen und mal gucken, was da rauskommt. Und keine Ahnung, ob ich das jetzt veröffentliche, was ich jetzt hier alles draufquatsche, aber ich denke schon. Mal gucken. Gucken wir mal, wie es läuft. Also worüber will ich heute mit euch reden? Es geht um das ganze Thema Geschäftsmodell. Ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber wartet es mal ab. Wird noch besser. Und zwar, ich habe ein System entdeckt, was sich immer wieder wiederholt in den Unternehmen. Und dabei ist es völlig egal, ob Einzelunternehmen oder großes mittelständisches Unternehmen, meinetwegen auch Konzerne. Das, was ich erkannt habe oder gesehen oder immer wieder sehe, ist, wir bauen Produkte und Dienstleistungen mit harter Arbeit und ganz viel Fleiß und Energie und Akribie und auch diese deutsche Gründlichkeit, diese Prozesse, die dann gebaut werden. Aber es ist irgendwie so Schwerindustrie. Es fühlt sich immer so schwer industriell an, wie so ein riesen Teeträger, der mehrere Tonnen wiegt. Und das, was wir da bauen, Prozesse, Produkte, Marketingfunnel, Vertriebsstrategien, Vertriebsteams, all diese Dinge, das muss man sich vorstellen, das ist am Anfang noch so ganz klein. Aber es entwickelt sich dann immer größer und es zieht uns so magisch rein in diese ganzen Details. Da musst du dich auf einmal mit einem Vertriebsteam beschäftigen, die haben dann irgendwelche Befindlichkeiten oder irgendwelche Themen, die gelöst werden müssen. Genauso wie Marketing, dann reicht das Marketingbudget nicht, man muss entscheiden, welche Marketingmaßnahme funktioniert da oder auch nicht. Es ist vor allen Dingen alles ewig teuer. Es ist alles so schwer, es ist so teuer, es ist so kompliziert, es wird immer weniger dynamisch, es wird immer weniger agil. Und am Ende beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit unseren Teams und immer größer werdenden Mitarbeiterkreisen, beschäftigen uns mit der Frage, wie kriegen wir jetzt dieses Produkt auf die Straße? Wie kriegen wir das so in den Markt performant und erfolgreich, dass wir das irgendwie auch alles bezahlen können, was wir da jetzt gebaut haben, dass wir vielleicht auch weiterentwickeln können? Und das hat mich so erinnert, also dieser Gedanke hat mich so erinnert an meine Firmen, die ich so im Laufe meines beruflichen Lebens gebaut habe, dass es eigentlich immer genau so in diese Richtung geht. Also ich habe dieses System, dieses wiederkehrende Muster auch bei mir entdeckt. Du bist voller Euphorie, du baust da was richtig Geiles und Version 1.0 ist natürlich sofort getoppt von Version 3.0 und auf einmal kriegt das so eine Eigendynamik und alles wird so wahnsinnig kompliziert. Und das ist im Kleinen genauso wie im Großen. Im Kleinen denkst du dir, hey, am Anfang hatte ich eine geile Idee. Heute ist das so wahnsinnig schwer geworden. Es sind so wahnsinnig viele Ideen auch. Ich habe irgendwie so den Fokus verloren. Kennt ihr das? Irgendwie so ein bisschen lost zu sein, also zu wissen, ich habe schon irgendwas Geiles, irgendwie ein cooles Produkt, irgendwie ein cooles digitales Tool vielleicht, eine coole Software entwickelt. Aber irgendwie ist es so irre komplex geworden, dass ich eigentlich gar keinen richtigen Spaß mehr habe, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und so geht es vielen Unternehmen, die gerade Technologie entwickeln, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder ob das technische Systeme sind, Content Management Systeme, ERP Systeme oder was auch immer, Knowledge Management Systeme. Also all diese großen Mammutbäume am Ende waren ja alle mal ganz kleine Pflänzchen und jeder fand es cool. Und dann ziehen sich dann so mit der Zeit immer mehr Leute aus dem Projekt raus, weil sie einfach sagen, oh Mann, jetzt fängt es an, echt anstrengend zu werden. So, was ist die Lösung? Die Lösung ist einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, wir machen eine Projektentwicklungs Division, Project Development Division in unser Unternehmen rein. Was bedeutet das? Was erzählt er denn da in seinem Podcast? Das bedeutet ganz konkret, dass wir aufhören, uns ausschließlich darauf zu konzentrieren, unsere Produkte und Dienstleistungen, die wir uns da zurechtgelegt haben, zu verkaufen, auf Biegen und Brechen. Ja, und wahnsinnig viel Geld in Marketing investieren, wahnsinnig viel Geld im Vertrieb investieren, anstatt, und jetzt kommt der Hack, anstatt mal so einen halben Meter zurückzugehen und zu sagen, okay, mit wem könnte ich eigentlich ein Projekt initiieren, wo ich meine Assets einbringen kann, wo ich meine Software einbringen kann, wo ich meine Prozesse einbringe, wo ich meine spezialisierten Fachabteilungen wie Vertrieb Marketing einbringen kann. So, das heißt Projektentwicklungs Division heißt, ihr kümmert euch um Projekte, die ihr euch selbst ausdenkt. An dieser Stelle möchte ich dich gern noch auf unseren Digital Leadership Club The Lion's Circle aufmerksam machen. Hier treffen sich Unternehmerinnen und CEOs zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch, verbessern ihre Digitalkompetenzen zu den Themen digitaler Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle in unseren wöchentlichen Live Mentorings, um die richtigen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen zu können. Also, was bekommst du? Du hast Zugang zu all unseren Live Mentorings, das sind im Moment das Entrepreneur Mentoring und das Podcast Mentoring, mit einem Mentor jede Woche. Aufzeichnungen der Live Webinare, Zugang zu allen Lerninhalten auf unserer Online Plattform, das heißt Videos, Audios, Ratgeber, Workbooks, Handouts, Checklisten, Tools, Tutorials und Ressourcen. Zugang zu den privaten Messenger Gruppen, wo du dich also interaktiv austauschen kannst und du hast als Mitglied Sonderkondition, das heißt minus 25% auf alle Mentorings unserer Partner, wie zum Beispiel Frank Asmus, worüber ich mich sehr freue, als den Keynote Speaker Trainer in Deutschland. Du bist automatisch Mitglied bei uns im Genius Alliance Netzwerk und arbeitest an konkreten Projekten mit. Wir haben 100 Plätze zu vergeben, es gibt keine Vertragsbindung, du kannst also jederzeit aussteigen, also überzeug dich selbst, steig ein und mach dich fit für den digitalen Wandel. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes oder unter www.genius-alliance.com und jetzt geht's weiter hier. Ein Beispiel. Wir bei Genius Alliance sind jetzt zu einem Team gewachsen, die sich sehr gut mit dem Thema künstliche Intelligenz auskennen, die sich sehr gut mit dem Thema digitales Management auskennen, also wie baue ich digitale Projekte auf, wie führe ich die erfolgreich in die Umsetzung. Und das, was wir gerne machen, das sind eigentlich unsere Lieblingsprojekte, sind Projekte, die wir uns selber ausgedacht haben. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht so sehr gern, kommt aufs Projekt an, dass man uns anfragt und sagt, hey, kannst du für uns das umsetzen? Das wäre ja so ein klassischer Dienstleistungs- oder am Ende meinetwegen Werksvertrag. Sondern was wir ganz cool finden, ist Dinge, die uns selber interessieren, mit unseren Skills aufzuwerten. Ja, ein Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Immobilienwirtschaft, das ist gerade ein aktuelles Thema bei uns, an die Immobilienwirtschaft denken, dann sagen wir, okay, was ist denn das technologische Highlight von so einem Haus? So, und dann guckst du mal, was die Haushersteller alle so anbieten und so machen und so weiter. Jetzt mal weg von Heiztechnik oder so, ja, oder Entlüftungs- oder Belüftungs- oder Kühlungssystemen hin zu Smart Home. Wie geil ist bitte Smart Home in den, weiß ich nicht, handelsüblichen Häusern, die man so kaufen kann oder bauen kann. Ja, ist überhaupt nicht geil. Das muss man halt sagen. Es ist halt überhaupt nicht cool. Die Branche feiert sich dafür, dass ich irgendwie per Voice das Licht anmachen kann. Also jede 99 Euro Alexa kann das. So, und jetzt haben wir überlegt, okay, was können wir denn machen, um das wirklich smart und intelligent zu machen? Also haben wir gesagt, okay, dann bauen wir das erste Haus mit einer KI. Boom. Und das ist ein Projekt, was jetzt zu entwickeln ist. Das bedeutet, also kleiner Aufruf an dieser Stelle, wer da draußen irgendwie Bauunternehmer ist oder jemanden kennt, bitte mit uns connecten, ist ein total spannendes Thema. Wir wollen da gerne im Markt einfach auch mal so ein Statement abgeben in Form von einer Lösung. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist dieses Projekte entwickeln aus Ideen heraus, eine Branche meinetwegen zu erkennen, jetzt wie in meinem Beispiel und zu sagen, okay, was fehlt dieser Branche eigentlich? Worum kümmern die sich? Also ein Haus zu bauen heute, zum Beispiel mit einem Fertighausbauer, ich weiß gar nicht, ob das richtig gesagt ist, aber egal, ist ja heute genau der gleiche Prozess wie vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Vielleicht haben sie Baustoffe verändert, die Prozesse, die Geschwindigkeit oder was auch immer. Vielleicht kommen die Hölzer heute nicht mehr aus Deutschland, sondern aus Schweden oder so. Aber im Großen und Ganzen geht es im Grunde darum, wie kann man diese Branche dahingehend verändern, dass dieses Haus dafür sorgt, dass meine Lebens- und Wohnqualität verbessert wird, indem es individuell auf mich eingeht. Und individuell heißt in dem Fall nicht, dass ich irgendeinem Computer sage, ich habe gern warmweißes Licht anstatt weiß-grelles Licht, das wäre vielleicht noch smart, aber wirklich Intelligenz in ein Haus reinzubauen, das hat noch keiner gemacht. Also ist die Frage, warum machen wir das nicht? Das heißt, wir gehen aktiv raus und das heißt Projektentwicklung, wir gehen aktiv raus, in den Markt sucht uns ein Haushersteller oder der meldet sich jetzt hier über den Podcast und dann fangen wir in Gesprächen an, wie kann man gemeinsam so ein Projekt entwickeln? Und das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, anstatt zu sagen, okay, das sind unsere Skills, wir können gut Management, wir können gut Strategie, Konzept und technische Umsetzung und dann sagen wir der Welt, hey, wir sind da und warten darauf, dass irgendeiner anruft und sagt, hey, kannst du das bitte für uns umsetzen? Das ist ja in dem Fall kein Projekt, was wir uns ausgesucht haben. Je nachdem, was es für ein Projekt ist, finden wir das vielleicht spannend und dann kann es zu einem Projekt von uns werden. Das ist natürlich der Idealfall, das macht uns auch Spaß. Aber noch cooler oder mindestens genauso cool ist, wenn man sagt, hey, ich habe hier was im Markt gefunden, dafür gibt es keine Lösung und wir können die Lösung anbieten. Wir können das zusammen entwickeln. Und das meine ich und das ist mein Impuls heute für dich. Denk doch mal darüber nach, wie komplex ist all das, was du gerade machst und versuchst du die ganze Zeit deine Produkte und deine Dienstleistung auf die herkömmlichen Art und Weisen, auf die herkömmlichen Wege zu bringen, dass die Performance auf die Straße kommt. Und bist du nicht eigentlich auch der Meinung, dass die Performance viel besser sein könnte und dass vielleicht auch die Projekte viel mehr Spaß machen könnten? Und versuch das mal auszuprobieren. So eine Project Development Division heißt, überleg dir, wer in deinem Team oder in deinem Unternehmen in der Lage ist, solche Sachen zu denken. Hol dir am Anfang einen Coach, einen Mentor, der das so ein bisschen etabliert. Da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man solche Projekte managen kann. Kannst du auch jederzeit gerne uns anrufen. Und such dir vielleicht für den Anfang auch externe Leute, mit denen du das entwickeln kannst. Immer erst mal so in den ersten Anfängen. Das sind so die kleinen Pflänzchen. Nicht wieder so ein Riesending draus machen, sondern erst mal so eine Evaluierungsphase. Erst mal schauen, was geht da im Markt? Wo werde ich unter Umständen gebraucht? Und ich sage deshalb extern, weil du diese externe Perspektive super gebrauchen kannst, um so Impulse und Undock-Punkte zu bekommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig aus der eigenen Perspektive heraus, diesen Perspektivwechsel zu schaffen. Und dann hilft so eine Betrachtung von außen immens. Und dann entwickelst du auf einmal ganz andere Themen, die dir eine Riesenfreude machen, weil du natürlich mit deinen Assets wirklich helfen kannst. Anderen Branchen helfen kannst, anderen Unternehmen helfen kannst. Es entstehen ganz interessante Partnerschaften. Und gerade im B2B-Umfeld, vielleicht sogar mit Leuten oder mit Unternehmen, die mit deiner Zielgruppe arbeiten, 100 Punkte. Perfekt. Besser geht nicht. Also, deine Hausaufgabe für dich, nach dieser Podcast-Folge mal so fünf oder zehn Minuten in so einen meditativen Zustand zu gehen, mal zu überlegen, was wäre eigentlich oder welche Projekte würde ich akquirieren wollen, entwickeln wollen in einer anderen Branche oder auch in der gleichen Branche. Wenn ich meine Skills, meine Fähigkeit, mein Team, all das, was ich habe, alle meine Assets in ein Problem investiere, um das zu lösen. Also, mit wem kann ich kooperieren auf B2B-Ebene, um hier wirklich was völlig Neues im Markt aufzubauen, um vielleicht auch eine neue Zielgruppe zu erreichen. Durchaus denkbar. Wenn dir dazu nichts einfällt, kontaktiere mich auf Telegram, schick mir eine Audionachricht. Kannst du gerne machen, auch über unsere Gruppe. Wir haben ja die Genius Alliance Podcast-Gruppe. Du kannst auch gerne mich da kontaktieren. Und ich gebe dir dann einfach eine Rückantwort per Voice mit so ein paar Impulsen. Wenn du mir ein bisschen was über dich erzählst, können wir das gerne machen. Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt, heute diese Podcast-Folge zu hören. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir einen Austausch haben. Jede Podcast-Folge von uns hat einen Blogartikel. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dort können wir kommentieren, können wir uns austauschen. Mich würde mal interessieren, hattest du das Thema Projektentwicklung auf dem Schirm? Oder warst du tatsächlich in dieser Schleife, die ich am Anfang beschrieben habe? Ja, also immer wieder so in der Rolle als Dienstleister, als der, der die Kunden happy macht mit den Produkten und Dienstleistungen, die man anbietet. Und weniger in diesem kooperativen, kollaborierenden Prozess zu gehen. Das wäre mal sehr spannend für mich. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. So, alles, ja. So, fox-2 ch-2 ch-4 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 ch-5 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 ch-4 ch-5 ch-4 ch-5 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 ch-4 ch-5 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 ch-4 ch-5 ch-1 ch-1 ch-5 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 ch. So, wie auch Leute arester. So, das warst деле, wie man das denn? So, ist das oder Garden voulais mit Herrn des 만든 Prozess. So, jetzt gehen wir zu und du preparest, wie man das responds Development ist.